Wir tauchen dich auf den Namen Hosching und wünschen dir und deiner Besatzung allzeit gute Fahrt und ein handfreies Wasser unter dem Kiel. Und gestatten Sie mir das auch, wenn ich das sagen darf, ich glaube, ich bin auch heute schon wieder mehrfach angesprochen worden, es ist auch ästhetisch sehr gut gelungen und es hat sich auch gelohnt, dass wir ein paar Euro mehr für diesen Bogen entsprechend auch ausgegeben haben. Emissionen, Sie sehen, wir haben die bestmögliche Lösung gesucht und ich denke auch gefunden haben und ein guter Tag, ich glaube, für die Landkreise Stabin, Bogen und Deckendorf, für die Gemeinden Maria Posching und Stephans Posching und vor allen Dingen für die Menschen. Bis zum nächsten Mal.